Hallo, ich will euch die neue Tasche vorstellen, die ich gemacht habe. Sie ist sehr nützlich, um Bücher zu transportieren. Mit ihrer schwarz-weißen Farbgebung wirkt sie zugleich jünglich und seriös. Sehr bequem zu tragen, kann sie in der Hand gehalten werden oder auf Hexen umgehalten werden. Es ist sehr einfach, sie zu öffnen und etwas in Hand zu tun oder herauszuholen. Sie ist auch leicht zu verschließen. Dass sie Wasser abbeißen ist, ist sehr sehr gut für den kommenden Winter gegnt. So, vielen Dank! Tschüss!